Abubara, genau. Und zwar habe ich eine Frage an Abubara. Abubara, meine Frage an dich wäre, ist es denn Helal, in Rust ein Schwein zu schlachten und zu essen, wenn man kurz vorm Verhungern ist? Das wäre meine Frage an Abubara. Wäre cool, wenn du das beantworten könntest. Das wäre meine Frage an Abubara.